Musik 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 Genau ich spiel wieder Lilli Musik Klingt nach Spaß Ja, danke, dass es frei mich verlässt. Wir haben drei Gegner in der Mitte. Alter, warum muss ich hier sich jetzt bewegen? Alter, die sind... Äh, die da. Ja, die da, die ich nicht bewegen kann. Ah, ne, hätte ich das nicht bewegen können. Alter, ich hab meinen gerade schon zweimal das Leben gerettet. Meinen Partner. Und der hat sich nicht so mit Geweise-Instinkten. Alter, hier hat irgendjemand von dem geilen Gap Lust. Okay, klar. Das ist nass. Ich hoffe, hier seid verrat. Mhm. Unser Freund könnte etwas Hilfe vertragen. Ja. 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 geregna es in einer Art meiner Abenteuer. Ja. 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 Habt das heiler! Boah, die haben 99. Und zurückkehren. Los, erobern wir ein selbener Lager. So, non death here. Ja. Irgendjemand sollte diesen Helden aufhalten. Oh, was ist denn das da drüben? Krass. Nicht mal sind die wieder overleveled. Ja. 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 Ja, geht nicht. Ja, ja. Ja, ja. Verraum geht doch vor die Tür wenn er begegnet. Es ist so weit, tut was getan werden muss. Oh man, legt das Beil an. Oh man, legt das Beil an. Na ja, das ist mit den Leichen eurer Gegner, so wird, glaub ich nicht. Das letzte Leg hat uns ja vor. Oh man, legt das Beil an. 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 No. Oh man, legt das Beil an. 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 Wir müssen auf jeden Fall Unterricht in die Reihe holen. Na komm, fick dich da, will die da nicht. Wir müssen in die Reihe holen. 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 Wir wollen einfach nicht sterben, die Wichser. Kein Level drüber, man. Wir sollen nicht sterben. Wir müssen in die Reihe holen. Also, unsere wahre Kraft bringt hervor. Der Sieg rückt näher. Euer Gegner hat ein Ungeheuer gezüchtet. Ungesund. Der Sieg rückt. Das waren die Stimmengewirr. Der Sieg rückt und das wäre ein Wunschwurm. Der Sieg rückt auch nicht auf das Wunschwurm. Das war die Stimmengewirr. Der Sieg rückt. Ja, 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 ja. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. 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 Die Nacht ist angebronnen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. In knapp Spaß. Nichts sehr schwaches Gleis. Gut, dass es entsorgt wurde. Wir regnen alle eure Ticknadelle an. So. Der Sieg röst leer. Fuck it. Der Sieg röst, das ist nicht der Anblick. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe das. Ich bin da. 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 Ihr solltet euch zu einem Heilbrunnen begeben. Klar! Oh Mann! Könnt ihr da mal irgendwann mal wieder jemand anders angreifen als mich? Dankeschön. Ich hab ne Witze ja, tötet mich ja nicht. Elida lässt einfach ne Stunden lang auch noch rum, aber ich darf trotzdem. Klingt nach Spaß! Sie dürfen eure Zitadellen nicht angreifen. Das ist nicht was euch erwartet! Kommen direkt! Meine Schmerzen wurden gelindert. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ja, das genügt. Schon bald wird das Garten ungeheuer euch gehören. Meine Schmerzen wurden gelindert. Zeig dir die Ernte! Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Erlebe dich, mein Ungeheuer! Saug den Freunden das Leben aus! Ach, der Morgendämmert Helden! Und seht mal, ein Würfchen! Wir haben einfach schon wieder fast einen Vorredner. Der Morgend äh, der Morgendämmert. Und da hat er das Gegenteil. Oh, meine Schmerzen sind die Ernte. Aber das ist Neimann. Er ist ein Ungeheuer herangeben Helden. Ah, ja, ja. Das ist nicht was euch erwartet. Das ist nicht was euch erwartet. Das ist nicht was euch erwartet. Das Tor sollten wir besser verteidigen. Alter, jetzt habe ich wichtige Legs. Krass. Hab ich doch gesagt, ne? Ich habe Kiebelstelex gehabt. Alles springt wieder durch die Gegend. Die Nachtsricht erneut herein. Bald werden sich die Unkaufler wieder erheben. Hey des metrics! Fähig! Durst du hier gegen die N Konzente des Halbs? Was haben wir zur Gegenüber? Wie du willst denen mich überladen? Das war ein Schaue, der gegen die Null betrifft! Diese Fats von Illidan, ey. Fats von Illidan, ey. Nicht so hot. Da kommen Raiders. Töte ja viele da. Ich denke aber gut, der auch geht. Mann, weil ich bei Raiders bin. Ich habe bestimmt nicht ausgetauscht. Ja, ja, sie kann ganz gut wieder. Darum habe ich mir ja auch gesagt, dass die immer nehmen. Yes. Richtig. Yes. Jetzt wird Franz gar richtig. Jetzt gleich kommt Leovic wieder. Hier und her. Ja. Oh, komm ich glaube. Kommt, holt euch seine Wärme. Hervorragend. Macht euch nicht und reißt die vor aus eurer Gegner. Die Schwerpunkte. Ich bin richtig. Jetzt bringe euch. Genau. Ich denke, die Exklauver ist. Ich könnte das nicht in der Rückzeit bringen. Ich bin eine kleine, neue Kette. Ich bin eine gute Möglichkeit. Ich bin eine kleine, Kette. Ich bin eine gute Idee. Ich bin eine gute Idee. In der Kette. F**k, Alter. F**k, Alter. Too heavy, Alter. Was? Was? Und so uns Idiots sagen. Sprite, you failed the game. Ich muss das Sprite dafür verantwortlich, dass wir verlieren. Ok. Ich bin ja nicht mehr davon überzeugt, dass wir verlieren werden, ne? Du kommst in 5 Sekunden? Ne, ne, ne. Digga, was machst du? Das hat wieder so übelst gemeckt. Ey. Naja, war ein gutes Spiel, der wird 23 gegen der wird 23. Verloren wegen zwei Moves am Schluss, hätte ich gesagt. Einmal Swallow, einmal Markus grad noch. Naja. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ja. Irgendjemand hat mitgegeben, behauptet, ich wär Noob. Aber... 80.000 Heilpunkte und Karasima 63.000. Gut. Ich weiß ja dann nicht, wer der Hila Noob war. Wenn ich fast... ...eineinhalbmal so viel hab wie er, aber ok. Na ja, Leute, ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal in meiner weiteren Folge. Bis dahin, selbst und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.